Das erste Mal in ihrem Leben. Eine erregende Natursekterfahrung. Den Urin einer anderen Frau zu kosten, ist für Mareike ein neues, aufregendes Sexerlebnis, das sie nach dieser Nacht niemals wieder vergessen wird. Denn der neu entdeckte Uringenuss törnt sich stärker an als zuvor gedacht und weckt in ihr nicht nur die Leidenschaft für Anne, sondern auch für Natursekt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen